Wo ist Ciri? Was? Ich dachte, du weißt das. Ich weiß nur, dass Avalach uns vielleicht verraten hat. Was? Ein Unwetter? Geralt, schau! Was? Was zur Hölle ist das? Ich kann es ja kaum glauben, aber das Tor zwischen den Welten ist offen. Wir müssen den Turm erreichen, schnell! Und Avalach aufhalten, solange das noch rückgängig gemacht werden kann. Wenigstens wissen wir, wo wir Ciri suchen müssen. Komm mit und sei vorsichtig. Wir müssen uns auf Ciri konzentrieren. Was glaubst du, will Avalach von ihr? Das gleiche wie er redet ihn wie mich an. Er will sie benutzen, um an... Scheiße! Ein Erdbeben! Wir müssen uns beeilen! Verdammt! Das Schiff verbringt jeden Moment! Versteck dich im Urlaub auf der anderen Seite! Los! Ich lasse dir das Pferd! Das schwach ist dein! Wir müssen zusammenbleiben! Drei! Gliesson, ihret den Ball ab! Hm! Da kommen noch mehr! Wir müssen uns vereilen, Geralt! Die Toren zwischen den Wänden werden größer! Das Beben wird stärker! Wir haben nicht viel Zeit! Was hat die erwischt? Die weiße Kälte! Verdammt! Wir werden begraben! Warte! Wahres Zabel! Bleib nicht bei mir! Verdammt! Avala hat den Turm mit einer magischen Barrikade umgeben! Kannst du sie auflösen? Auflösen? Nein! Ich kriege höchstens einen Riss rein! Und nur ganz kurz, weil... Genauerchen! Kommen wir beide durch? Nein! Du musst alleine gehen! Ich komme mit Ciri zurück! Ich weiß! Agores! Jelgane! Agores! Jetzt! Geh rein! Mir geht's gut! Geh jetzt! Und bestell Avala! Herzliche Grüße! Willst du sie? Viel! Nee! Geh alle! Untertitelung des ZDF, 2020 Geralt, wie bedauerlich. Ich hatte gehofft, dass du dies nicht mit ansehen musst. Wo ist Thierry? Ganz nah. Hör zu. Sei still. Mir reicht es mit einem Scheißdreck. Zieh die Waffe, bringen wir es hinter uns. Du glaubst wohl, dass ich dich verschone? Ich glaube, dass du einen Unbewaffneten nicht angreifst. Da wäre ich nicht sicher. Ich bin wirklich sauer. Ich bin nicht dein Feind. Ich helfe Cirilla doch nur. Ich glaube dir nicht. Kann ich nicht. Nicht nach all denen. Glaubst du denn mir? Avalach sagt die Wahrheit. Ich habe ihn gebeten, mir beim Öffnen des Turms zu helfen, den ich betreten will. Warum zum Teufel tust du das? Die wilde Jagd ist besiegt. Die weiße Kälte aber nicht. Die Prophezeiungen sind wahr. Ich habe Welten gesehen, die in Eis gefesselt sind. Ich weiß, was euch erwartet. Nur das ältere Blut kann die weiße Kälte aufhalten. Nur ich kann es. Die Prophezeiung der Etlinne ist dummes Geschwätz. Wir werden nicht ausgelöscht. Du hast die Zukunft gesehen. Schon vergessen? Die Entropie kann niemand aufhalten. Die Welten werden einfrieren, eine nach der anderen. Und alles Leben wird enden. Avalach hat recht. Wenn ich nichts tue, sind Menschen, Elfen, alle dem Tode geweiht. Es muss einen anderen Weg geben. Was weißt du schon vom Weltenretten, dumm Kopf? Du bist ein Hexer. Das ist meine Geschichte, nicht deine. Lass sie mich zu Ende erzählen. Tu mir das nicht an. Bitte, nicht jetzt! Geralt, glaub mir. Ich würde liebend gerne Glühwein in einer Taverne trinken und meine Stiefel trocknen. Aber ich kann nicht. Ich muss es versuchen. Für dich und Jen und Triss für alle. Drück mir die Daumen. Drück — für mich. Das war's. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Genug Sprich! Ziri ist tot Wie ist das passiert? Die weiße Kälte Kennt ihr die Prophezeiung? Ziri wollte sie aufhalten Das hat sie auch, aber den höchsten Preis gezahlt Wo ist ihre Leiche? Ich glaube nicht, dass sie jemals gefunden wird Wer weiß noch davon? Abernach, der elfische Wissende Aber auch ihn werdet ihr nicht finden Und Jennifer? Sie will im Norden bleiben, wenn ihr nichts dagegen habt Habe ich nicht Und du? Das braucht euch nicht zu interessieren Nicht mehr Hat Cirilla gesagt Hat sie dich gebeten, mir etwas auszurichten? Wir haben nicht über euch gesprochen Ich verstehe Wenn es sonst nichts mehr gibt? Doch, eines noch Aber du kannst gehen Hexer, ich will dich nicht mehr sehen Nie wieder Ich will dich nicht mehr sehen Braucht ihr Hilfe mit eurem Wagen? Wir kommen schon klar Ja, genau Wir kommen zurecht Die Fässer sind zwar schwer Aber wir lassen bald aus jedem Wasser ab Veränderung liegt in der Luft Stimmt Nicht zu leugnen Nilfgaard flieht Obwohl es so aussah Als wären sie nicht wegzukriegen Ihren Wein haben sie auch dagelassen Sehr großzügig Braucht ihr wirklich keine Hilfe? Ich glaube, wir kommen zurecht Wohin willst du? Zur nächsten Taverne, wie du aussiehst Ja, aber erst habe ich noch eine Verabredung Beim ehemaligen Lager der Nilfgaard Du bist spät dran Die Soldaten Blockieren die Straßen, ich weiß Schon gut Hast du's dabei? Wie vereinbart Die Klinge ist knapp einen Meter lang Ich würde niemals an dir zweifeln Die Inschrift, so wie du sie wolltest Zirail, schwebe Klassische Runen in der älteren Rede Schnörkellos, einfach und präzise Darf ich? Es gehört dir Wenn du's ausprobieren möchtest Meine Helfer haben eine Trainingsfigur aufgestellt Hm, hier die Bezahlung Nur Edelsteine, wie gewünscht Falls du Arbeit suchst Eine Striege soll den Maribor-Wald unsicher machen Danke Ich muss zuerst in die Taverne Aber dann, wer weiß Viel Glück auf dem Weg, Hexer Ich muss zuerst in die Taverne Ist es erledigt? Ja Hat er dir geglaubt? Ich habe keine Ahnung Für die Gorgo Und wir haben einen neuen Auftrag Bringt nicht viel Geld, aber es lohnt sich trotzdem Du warst aber fleißig Es gehört dir Ein Hexerschwert Schwalbe Oh, wunderschön Darf ich? Nicht hier Du wirst bald genug Gelegenheiten dazugekommen Hexerin Lass es uns ausprobieren Der dritte nördliche Krieg Endete mit dem totalen Sieg des Angreifers aus dem Süden Ohne Radowits taktisches Genie Konnten die Nordländer den unzähligen Regionen Emhyr, Baham, Reis nicht widerstehen Schwarze Banner wehen über Norbert und Rydan Emhyr, Baham, Reis hatte die Überfälle durch temerische Partisanen satt Und willigte ein Temerien zum kaiserlichen Basalenstaat zu machen Die Rebellen legten die Waffen nieder Und der Kaiser konnte seine Streitkräfte an andere Fronten schicken Und so bekam die Temeria ausgerechnet durch Nilfgaards umfassenden Sieg ihr Land zurück Eine weitere Ironie der Geschichte Als er mit Radowit fertig war, verfuhr Emhyr mit seinen inländischen Feinden auf die gleiche Art Emhyrs Spione denunzierten alle, die gegen ihn konspiriert hatten Händler, Soldaten und Aristokraten Die Meuterei hatte das Planungsstadium zwar nie verlassen Doch der Kaiser zeigte wie üblich keine Gnade Der Kontinent versank im blutigen Krieg Doch Skellige erblühte unter der erleuchteten Regentschaft von Ceres Anders als ihre Vorgänger ließ die junge Königin nicht an fremden Gestaden plündern Sie kümmerte sich um ihre eigenen Leute und um ihr eigenes Land Der Inselstaat Skellige prosperierte Auch wenn seine einstigen Zähne abgestuft waren Cirilla Fiona Ellen Rianon Thronerbin von Nilfgaard Wählte das Leben einer fahrenden Hexe Geralt lehrte sie alles was er wusste Und jede seiner Fertigkeiten Dann zogen beide allein weiter Bald erzählte man sich von der Yahuga bis zu den Bergen Kobias Von den glorreichen Heldentaten der Aschlomben Hexerin Während Dirigenten in Grenzen und Völker verschoben Zogen der Hexer und Yennefer sich in ein ruhiges Leben Fern aller Politik zurück Sie frühstückten nachmittags, meistens im Bett Und verbrachten die Tage mit langen Spaziergängen und Gesprächen Langweilig? Vielleicht Doch dies hatten sie sich mehr als alles andere gewünscht